Hallo, ich bin Jenny, komme aus Hannover, Deutschland. Ich bin hierher in die Türkei gekommen, um mir die Lase operieren zu lassen, da ich nach einem sehr erfahrenen und guten Arzt gesucht habe, der sich insbesondere mit der Rheoplastik auskennt. Und bin dann auf Dr. Jeb Karras aufwechsam geworden über Instagram und habe ihn über Monate und Wochen verfolgt. Und mir haben immer zu 100% seine Ergebnisse gefallen, da sie sehr natürlich und ästhetisch gut gemacht sind. Und habe ich dann dazu entschlossen, hier das vornehmen zu lassen. Und heute ist der erste Tag nach der Operation. Mir ging es eigentlich sehr gut. Also ich hatte bis jetzt noch keine Schmerzen. Es ist alles super verlaufen. Ich hatte eine sehr angenehme Nacht, was ich kaum geglaubt hätte. Aber es läuft alles eigentlich sehr schmerzfrei ab. Und bin hier in sehr guten Händen aufgehoben und werde hier rund um die Uhr getreut. Sei es mit Medikamenten, Essen, Trinken, also alles, was man sich so vorstellen kann. Und natürlich auch den Transferservice von der Klinik ins Hotel und zur Praxis zu Dr. Jeb Karras. Das läuft alles wunderbar und kann diese Klinik hier nur weiter empfehlen. Das läuft alles wunderbar und kann diese Klinik in der Klinik in der Klinik in der Klinik in der Klinik. Das läuft alles wunderbar und kann diese Klinik in der Klinik in der Klinik in der Klinik in der Klinik.